... der Grundschule Gütingen und einigen Jugendlichen unseres SV Röschlich-Völklingen und natürlich ganz herzlich den unparteiischen Herrn Christoph Busch vom FV Fischbach und seine beiden Assistenten, die Herren Niklas Semtke vom FV Fischbach und Tobias Anton von Viktoria Hüderfeld. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Saar 05, Saar 05, Saar 05, St. Johann. Jetzt sind wir da. Vielen Dank. Ja, aber ich bin sehr gut. Der Tor hat es jetzt verteilt. Der Tor hat es, dass die Hände kaputt sind. Was? Wir haben es noch englischiert. Bei uns versuchen wir zu trauen zu streichen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, ja, das ist doch einfach. Könntest du da im Nachhinein überweisen? Das wird sich nicht bekannt haben. Geht weiter auf die Sparten. Hey! Wo ist die Hände bei, Alter? Hey, hey, hey. Ja, 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 ja. Kannst du überweisen? Oh, nein. Nein, in dieser Beziehung, in der Beziehung. Die stehen oft. Die machen nicht so ... Ach so, ja gut. Das will man nicht. Das hat jetzt auf alle Hand fallen. Wird aufgestanden, leider fertig. Wenn man alleine bleibt, hat er wirklich Spaß. Vorher beim Rack B. Ja. Wenn man alleine bleibt, hat er wirklich Spaß. Ja. Ja, ja, ja. So, schramm alles. So, jetzt noch Mitte, in Zentrum jemand. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hau! Und hier geht es, die Vortragas sind, die Künstler.